Hallö, Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmefolge wie auch immer Let's Play Call of Duty Modern Warfare 3 Online Modus mit dem Friedrich Hallo und mir dem Tosny, wir haben jetzt uns mal so einen coolen Clan gemacht, WR für Wilms Racing, haben wir geil und wir zocken heute infiziert voraussichtlich auf Lockdown, oh ja auf jeden Fall auf Lockdown Ja, mit der P90M1, sehr geil, du hast das eigentlich ganz cool, ja, ja, und heute, hm? Man muss halt nur gucken, wo man sich da so am besten versteckt Ja, es wird schwer, mal gucken, ähm, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wo wir da jetzt am besten hinrennen, mal gucken, vielleicht sehen wir uns ja gleich am Anfang, dann rennen wir gleich mal zusammen, ja, oder irgendeiner ist wieder der erste Infizierte Ja, so wie ich letzte Mal Ja, ich war es ja noch gar nicht hier in den Folgen, mal gucken, vielleicht kommt es heute, ich hoffe nicht Ich würde es lustig finden Ja, das glaube ich dir 4, 3, 2, 1, go Okay, ich verfolge dir gleich mal hin, vielleicht ist es er ja try, dann lululululul Or j JAMES wa Fuck Bist du infiziert? ja, ich wurde gleich mal infiziert aber ich habe gleich mal 2 infiziert, aber geil Oh! Dann bin wieder tot. Ey, da wurde ich gleich am Anfang infiziert. Was soll denn das? Leute, daneben gemessert. Noch einen infiziert, haben wir geil. Na, wo sind sie hier? Nein! Der war zu schnell. Na, wo bist du? Sagst du es mir? Nein. Schade. Würde ich ganz cool finden. Ah, ich renne hier einen hinterher. Na, mal gucken. Nein! Oh, fuck. Hat sich doch noch umgedreht, ey. So eine Scheiße. Nein! Warst du das? Ja. Arsch. Ja! Ja! So muss das sein. Hammergeil. Aber ich habe relativ viel noch infiziert. Das war eigentlich relativ gut. Nein! Wieso? Hä? Wieso war der jetzt nicht infiziert? Alter, ich habe über seinen Kopf gemessert. Was soll das denn? Nein, Claymore. Noch einen infiziert, haben wir geil. 9,9. Da muss man wieder was reden. Ja. Sonst begelt dein Mikrofon wieder so hoch. Da müssen wir auch irgendwie noch mal was machen. Ich denke mal, du musst wirklich mal... Toll, jetzt kriege ich eine Herausforderung, weil ich von einem Geländer gesprungen bin als Infizierter. Ich bin auch einfach mal Erster von uns. Loll. Da habe ich gerade mega geleckt. Das ist eklig. Aber wie viel sind denn das denn noch? Das können ja nicht mal viele sein. Sechs sind es noch und die stehen alle da hinten. Ja, wahr? Da kannst du nicht viel machen. Ich werfe immer ein Wurfmesser rein, aber... Ja, ich auch, weil ich dann immer hoffe, dass es... Mann, Alter. Das ist doch richtig eklig, Alter. Loll! Schon gewonnen, die Runde. Boah. Das war schon... Das war schon krass. Da ist der letzte Kill. Loll, was... Was hat denn der da so lange gemacht? Ist der der Hammer? Welcher Platz bist denn du? Ich bin, äh... In der Mitte irgendwo. Ich sehe dich auch gerade gar nicht. Ach, da ist Rai Tosny. Ah, wo bin ich denn? Ach, ganz unten. Echt? Stimmt das, Tosny. Naja, weil ich hatte nur einen Kill. Achso. Ich wurde ja dann... Also, ich habe dich ja bloß getötet gehabt. Achso. Oh, mich ein Typ 95. Okay. Ne, ich bin wieder rausgegangen. Ja. Wir machen jetzt mal eine Runde Abschluss bestätigt. Ja. Ja. Na, ich wurde ja gleich am Anfang gekillt. Und dann habe ich vier gemessert. Deswegen lief eigentlich ganz gut. So was... Oh, Leute. Was haben wir hier? Ich bin für Willi... Wie lag... Wie lag... Ich bin für Arkaden. Für Arkaden. Arkaden. Lies Arkados. Du hast die meisten Messerabschüsse gehabt. Echt? Hast du so viele mit einem Wurfmesser getötet? Ne, ich habe vier Leute gemessert. Achso, ja stimmt. Dann ist das ja nicht Wurfmesser, sondern Messerabschüsse ist in der Halt gemessert. Achso, genau. Und der über dir hatte meiste Abschlüsse durchgeworfene Messer. Genau, genau. Oh, jetzt ist Bootleck auf einmal? Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt... Wahrscheinlich wurden die Lobbys wieder zusammengeführt. Ja. Irgendwie sowas. Ich habe jetzt auch für Arkaden gestimmt. Ne. Ne. Ich werde wieder schön mit der PP90M1 zocken. Ja, heute halte ich zum Glück in Training. Ne? Hammer geil. Aber gut, du musst ja lernen. Ja. Ist ja jetzt auch wieder hier. Pokalspiel. Morgen Pok-Pak... Ich kann nicht mehr reden. Pokalspiel. Hammer geil. Viertelfinale. Ja. Sehr nice. Da werden wir dir natürlich alle die Daumen drücken. Dass das auch was wird. Alter, will das jetzt keiner spielen oder was? Ist ja der Hammer. Warten auf eine weitere Person. Mann, jede Person wird da wohl kommen. Ey, kommt schon. Los, macht jetzt Henna. Ich will hier nicht ständig die ganze Zeit im Hoppen-Menü chillen. Das ist eigentlich nicht so geil. Ja, Zuschauer können auch vorspulen. Ja, genau. Spult einfach vor. Vielleicht warten wir hier noch eine halbe Stunde oder so. Mal gucken. Wird eine längere Folge. Ja, auf jeden Fall. Ist ja der Hammer, ey. Ach ja. Ach cool. Warten auf zwei weitere Spieler. Wird ja immer besser. Oh, warten auf drei weitere Spieler. Wir bewegen uns auf jeden Fall in die richtige Richtung, würde ich sagen. Ja. Oh, warten auf vier weitere Spieler. Ja, jetzt waren wir kurz alleine. So, Terminal bitte. Alter. Es kann noch nicht. Ja, wollte schon sagen, Alter. Auf einmal? Ey, guck mal, jetzt sind es ja unten so wenig. Ja, jetzt sind wir acht. Auf den einen Spieler hatten wir vorhin gewartet. Davor waren wir sieben, wahr? Genau, und acht das Minimum. Na, genau. So, auf jeden Fall geht es jetzt los auf Terminal. Weiß ich noch gar nicht, aber ich glaube, das bietet sich eigentlich ganz gut an. Ich glaube, ich wag es mal. Ja, wagst du es mal? Ja, ich kann es ja auch mal ausprobieren, ja. Weil die ACR habe ich ja eh noch nicht. Ich habe hier keinen Bock, die Marken einzusammeln. Ja, darauf habe ich eigentlich auch immer nicht so Lust. Obwohl, dass es natürlich die meisten EP gibt, ne? Oder erst mal ein PC. Na, ich habe jetzt gleich mal Sniper genommen. Aber ich habe immer keinen Bock, die Marken einzusammeln. Er hockt mich lieber irgendwo hin und macht Abschüsse. Ja. Mal gucken, ob sich hinten mal einer auf den Truck legt. Nö. Nö, nö. Wäre lustig gewesen, der wäre nämlich gleich tot gewesen. Nein! Oh, ich habe doch schon abgedrückt. Der eine liegt oben, oben auf diesem Dach, weißt du? Das ist immer mega nervig. Nein! Ich bin so ein Trottel. Das wusste ich auch schon vorher. Ne, Spaß. Wieso? Was hast du gemacht? Wo sind die alle? Okay. Lol, bloß ein Hitmarker. Scheiße. Ey, ist das eine Scheiße? Nein! Wir liegen 3 zu 0 hinten. Ja. Ich wurde schon zweimal gekillt. Ist der Hammer, ey. Ey. Ich kriege einen Zappen. Ey, ich habe keine Ahnung, ey. Ich sehe jetzt auch gar keinen mehr. Ich kriege einen Headshot. Ja, ich habe auch schon einen Headshot. Nein! Alter, ich kriege wirklich jetzt gleich einen Raster. Oh, ich habe den ersten Abschluss für uns. Echt? Den ersten für uns? Oh mein Gott. Ey, ich kriege hier wirklich einen Zappen, ey. Ja, wo war er denn jetzt? Oh meine Mama. Alter. Den zweiten habe ich auch für uns. Oh, endlich meinen ersten Kill, Alter. Wirklich? Ja. Jetzt habe ich meinen ersten Kill, ey. Auch gleich noch bestätigt. Ja, laden wir! Was war daneben? Scheiße. Ist das ein Sniper? Nee. Aber da hinten war irgendwo einer, aber ich weiß nicht. Ah, oben rechts. Nein, er hat mich auch erwischt. Ja, ich weiß, wo er sitzt im Fensterraum. Okay. Ich habe jetzt erstmal MS, äh, RSA, ne, MSR in Gold. MSR in Gold? Hast du? Achso, hast du dir geklaut, ja? Hammer, geil. Lol, da hinten ist er doch. Nein! Oh, ich kann nicht zählen, Alter. Ich habe 1 zu 8, ey. Ich habe einen Bock, komm. Was ist das hier für eine Runde, Alter? Darauf müssen wir, glaube ich, gleich noch eine hinten ranhängen. Ich habe 1 zu 9. Das ist ja mal so eine schlechte Runde, das ist ja der Hammer. Leute, hier fliegen überall die Schüsse. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Das ist der Hammer. Ey, das ist ein soines fucking Camper, Alter. Aber es ist lustig, 10 zu 10. 10 zu 10? Wir sind in Führung. Was? Na ja, gut, die campen bloß, weißt du? Die sammeln keine Marken ein. Alter, wurde schon wieder fast gekillt. Was? Ich habe ihn nicht getroffen? Geht doch. Ey, das sind wirklich einfach bloß totale Camper. Das ist der Hammer. Ah, Snipern geht hier nicht so wirklich jetzt. Ne, bei der Lobby auf keinen Fall, ey. Oh, von hinten kam er. Von hinten? Du machst mir gerade Angst, Alter. Nein! Wo war er denn? Oh, Alter. Ne, wieder golden ist immer, ja. Wieder geklaut, ja? Ja. Hammergeil. 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 So, das war ein Headshot. Voll gesprayt, aber ist ja egal. Nein, IMS. Ich habe einfach 6 zu 12, das ist der Hammer. Alter, der Anfang war ja wirklich richtig schlecht von der Runde erst. Äh, na ja, ist immer noch schlecht. Ja, aber der Anfang, wo ich 1 zu 9 hatte? Hinten im Flugzeug sitzt wieder einer drin. Na, okay. Was? Ah, du willst mich doch. Nein! Was? Ich kriege hier einen Zappen, ey. Langsam, aber sicher, kriege ich hier einen Zappen. Muss man wieder was sagen. Ja. Total geil, ey. Ich bin gerade voll konzentriert. Ich merke das schon. Das ist echt der Hammer. Dann höre ich immer deinen kompletten Spielzaun. Ich habe jetzt schon eine Predator-Rakete, ja. Echt? Ich sehe schon wieder gar keinen. Ich habe 17 zu 15 jetzt. So, Waffenlevel aufgestiegen, ey. Ich habe bloß 7 zu 14, ey. Also, das läuft nicht so. Von wo wurde er denn abgeschossen? No, alter. Wie die alle campen. Das ist der Hammer, ey. Hey. Hi. Das hast du noch Vorräte. Ja, gönn dir. Ach Gott, eine Aufklärung. Na, das hat sich doch gelohnt. Alter. Oh, war der verzogen, Alter. Ich habe ihn nicht mal getroffen. Das ist der Hammer. Aber wir führen jetzt immer noch. Also, 39 haben wir. Nein, jetzt war er hinter mir. Wir führen? Alter. Haben wir gleich mal eine Raketenstellung gesponsert. Ich habe immer noch die falsche Abschussserie drin. Das ist total geil, ey. Brauche jetzt unbedingt mal Schalldämpfer für meine. PP90M1. Was? Oh, du willst mich doch total rollen, ey. Die hocken aber sowas von krass. Ja, man. Nur. Das ist total der Abfuck, Alter. Nein! Du willst mich doch rollen, Alter. Ja, man. Total behindert, ey. Und die PP90 ist halt auch nicht so genau, so, äh, unbedingt so auf weite Distanzen. Level 30, Hammergeil. Da wollte einer auf den Schwack. Das macht er, glaube ich, nicht nochmal. Ich überleg' gerade, wo ich hinlaufe. Hier ist es ganz cool. Wo bist du, lol? Hier in der Mitte und jetzt nach links. Und jetzt bin ich da, wo... Zack, abgeschossen. Oh, da haupt so'n Sniper. Mhm. Pass auf, wir sind gleich... Warte mal da. Genau. Hier. So, jetzt komm ich hier auch raus. Okay, heißt der dich. Der ist auch hier genau entbloomt. Also hier, da an dem Gras, da links. Der ist, glaube ich, tot. Der ist schon tot. Ich komm dir mal hinterher. Oh, das war so ein Trickshot, Alter. Hammergeil. Was? Das ist ein Headshot gemacht, war? Ja, Headshot, glaube ich, auch noch. Aber ich bin so von der Leiter runtergesprungen, hab mich um 180 Grad gedreht und hab ihn voll abgeknallt. Das war richtig geil. Leu... Ja, jetzt... So, wo auf dem Schwack lag einer. Echt? Jetzt nicht mehr. Hast du ihn gekillt? Ja, ja. Nein! Echt, du bist oben, links hinter dir, links hinter dir. Ich war tot, ja. Ah, scheiße. Aber, äh, der war da wieder oben auf dem Rahmen, richtig? Ja. Das hatte ich gesehen. Ja, jetzt... Jetzt haben sie nämlich nichts mehr zu lachen, die scheiß Camper, Alter. Jetzt geht's hier richtig los. Kack, Noobs, Alter. Ne, ich hab den letzten Abschuss. Du hast den letzten Abschuss, haben wir geil. Na, mal gucken, ob man beide sieht. Ja. Denn hier ein Sniper. Sehr geil, sehr geil. Nur auf den Kopf gezielt. Hammergeil. Da kann ich eigentlich da hochsteigen, wicke? Ja. Brauchtest du nicht mehr. Ja, die haben wir mies abgezogen, die Camper. Yeah. Okay. Würde ich sagen, ne? Das war's für diese Aufnahme... Folge. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.